Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Schleiregion steht im Moment sehr im Fokus, positiv und negativ. Sie ist unser Testballon für Mobilitätsgarantie im ländlichen Raum. Mit Smile24 erproben wir das Zusammenspiel von ÖPNV, On-Demand-Verkehre und allen anderen Verkehrsmitteln. Dazu gibt es viel positive Rückmeldungen. Wer vor Ort unterwegs sitzt, sieht sehr viele kleine On-Demand-Busse. Neulich hat mir eine Oberstufenleiterin der AP-Müller-Schule erzählt, dass einige Schüler sich in die Mittagspause einen On-Demand-Bus bestellt haben, um damit durch McDrive zu fahren. Wir stellen also fest, unsere jungen Menschen sind gar nicht so schlecht drauf, wie wir sie oft machen wollen. In der Diskussion im Moment sind allerdings nicht die Verkehre entlang der Schlei, sondern über die Schlei. Im Antrag wird der Anschein erweckt, dass wir als Land einfach einen großen Plan entwerfen müssten, und schon sind alle Probleme weg. Das ist aber nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Für die Brücke in Kappeln ist der LPV zuständig. Hier läuft im Moment alles gut. Für die Schleibrücke Lindau-Niss ist die Bahn federführend zuständig. Sie sollte eigentlich bis nächstes Jahr fertig sein. Das wird bekanntermaßen nichts. Die Fähre in Arnis fährt seit letztem Jahr nicht mehr, weil sich kein neuer Fährbetreiber gefunden hat. Bei dieser Querung hat die Stadt den Hut auf. Die Probleme mit der Besunde-Fähre kennen Sie, dafür ist der LKN zuständig. Sie sehen, wir bewegen uns hier auf ganz unterschiedlicher Zuständigkeitsebene. Und das ist wichtig, wenn wir über integrierte Verkehrsplanung reden. Das zeigt nämlich, dass wir unheimlich viele Akteure einbinden müssen, und das tun wir bereits. Das läuft zum einen über die Baustellenkoordination im LBV. Es wurde beispielsweise Sanierung an der B76, der B201 und der B203 zurückgestellt, mit Blick auf die Sanierung der Schleibrücke Lindau-Niss. Und zwar genau mit dem Ziel, die Verkehrsverbindungen aufrechtzuerhalten. Mit der Bahn gibt es immer wieder Runden zur Schleibrücke Lindau-Niss. Über die Besunde-Fähre sprechen wir ebenfalls alle paar Wochen in großer Runde, neben zahlreichen kleinen Runden. Wir binden das Aktionsbündnis Maritime Wirtschaft Innere Schlei ein. Da ist beispielsweise die IHK vertreten. Mit den Tourismusvertretern stimmen wir uns ebenfalls ab. Und trotzdem haben wir die Probleme, die wir nun mal haben. Hätte eine integrierte Verkehrsplanung wie vom SSW gefordert, das ändern können? Ich weiß nicht genau, was sich der SSW unter integrierte Verkehrsplanung vorstellt, aber ich kann Ihnen sagen, dass Verkehrsplanung immer im Verkehrsträger und Akteurs übergreifend ist. Nichts wird alleine gedacht. Wenn wir über Zeitpläne für die eine Querung reden, haben wir natürlich auch die anderen Querungen im Blick. Aber wenn eine Brücke oder eine Fähre kaputt geht, gibt es nun mal akuten Handlungsbedarf. Da können wir noch so viele Verkehrspläne in der Schublade haben. Die bringen uns dann nichts. Und genau so war es auch hier an der Schlei. Ich gebe Ihnen recht, die Situation ist alles andere als zufriedenstellend. Aber das werden wir mit der einen groß angelegten Planung auch nicht ändern können. Wir wollen Planungen beschleunigen. Wir wollen auch Sanierungsmaßnahmen so schnell es geht abschließen. Ziel der Landesregierung ist es, alle offenen Baustellen in der Region schnellstmöglich zu beheben. Das treiben wir voran. Und das ist auch im Sinne aller. Und natürlich gibt es immer wieder Abstimmungen mit zämpligen Akteuren. Als sich herausgestellt hat, dass die Missione 3 zeitnah nicht eingesetzt werden kann, haben wir schnell gehandelt und die Missione 2 zurückgebracht. Uns war es wichtig, dass es die Querung für die Menschen vor Ort sichergestellt ist. Jetzt wird mit Hochdruck an einer Lösung für die Missione 3 gearbeitet. Dazu gibt es regelmäßige Abstimmungsrunden mit dem LKN und alle weiteren Beteiligten. Das Ziel ist weiterhin, dass wir im Herbst 2025 ein einsetzbares Schiff haben. Über die weiteren Schritte werden wir natürlich weiterhin im Ausschuss berichten. Für die Brücke Lindowness haben wir die Bahn wiederholt aufgefordert, einen neuen Zeitplan vorzulegen und eine Inbetriebnahme bis 2026 vorzustellen. Weil auch immer wieder gefragt werden, wo und wie wir das machen. Im Mai habe ich Dr. Lutz im DB Tower darum gebeten, es zu tun. Das war im April, Entschuldigung, im Juni war ich bei Frau Plambeck und habe ebenfalls das eingefordert. Ich kann Ihnen nur mitteilen, dass das letztendlich nicht in unseren Hand liegt, sondern dass wir natürlich den Wunsch haben, dass DB hier schneller unterwegs ist und Klarheit schafft für die Region. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Pauz? Herr Minister, ich möchte Sie fragen, ob Sie wirklich daran festhalten und ernsthaft daran glauben, dass im Herbst 2025 die Missione 3 in Missione tatsächlich fahren kann. Ich zitiere aus der Anfrage, die Sie mir gerade vorgestern beantwortet haben. Ich habe gefragt, wann ist die Verlegung der Missione 3 in welche Werft geplant, um dort den benötigten Umbau anzugehen. Sie antworten mir darauf, die endgültige Variante der Umbaumaßnahme ist noch nicht abschließend abgestimmt. Insofern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu einer Beauftragung einer Werft und damit auch zu keiner Verlegung gesagt werden. Sie kennen die Situation in den Werften und glauben Sie ernsthaft, dass sich dieser von Ihnen skizzierter Zeitplan halten lässt. Eine weitere Frage würde ich Ihnen gerne stellen in diesem Zusammenhang, nämlich die Missione 2 läuft ja zurzeit weiter. An der Missione 2 ist ja schon in der letzten Zeit sehr gespart worden, weil man ja die Missione 3 irgendwie erwartet hat. Was gedenken Sie zu tun, um die Missione 2 fahrtüchtig zu halten? Ja, erstens, ich habe Ihnen gesagt, dass es nach wie vor das Ziel ist, dass wir 2025 im Herbst diese Umtausch stattfinden lassen können. Das hat natürlich damit zu tun, dass es nicht hoch touristische Saison ist, also mit möglichst wenig Einfluss vor Ort. Das haben wir immer auch mit den Akteuren so abgesprochen und deswegen ist das die Zielsetzung, weil es dieses Jahr auf jeden Fall nicht gelingen wird. Im Moment werden unterschiedliche Umbaumaßnahmen an Missione 3 durchdiskutiert und wir wollen dann natürlich auch eine funktionierende Fähre und nicht mehrfach umbauen müssen. Und deshalb ist die Sache in sich sehr kompliziert. Gleichzeitig, wie es vorher aufgesagt wurde, wird natürlich geprüft, inwieweit wir gegenüber anderen Ansprüche machen können. Und das sind alles sehr komplizierte Vorgänge. Deswegen ist es auch etwas kompliziert, Veränderungen an eine Fähre zu machen, bevor klargelegt worden ist, ob jemand anders vielleicht auch Teilschulden letztendlich trägt. Das ist das eine. Das andere, was wir an der Missione 2 machen, ist selbstverständlich das, was wir immer schon getan haben, nämlich ein dauerhaftes Pflegen der Fähre. Wahr ist allerdings auch, dass das sehr endlich ist mit der Genehmigung für diese Fähre. Und wir, dass wir auch alles tun müssen, so wie mein Herr Dr. Buchholz eben auch geschildert haben, ist es natürlich so, dass man immer damit rechnen muss, dass die Fähre irgendwann keine Genehmigung mehr hat. Da stehen wir unter einem hohen Druck, dass letztendlich dann auch die Missione 3 dann fertig ist. Aber natürlich tun wir alles, was wir können, um beim geringstmöglichen Beeinflussung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort Reparaturen durchzuführen, um Missione 2 längstmöglich dann auch in Betrieb halten zu können. Ich kann Ihnen aber zu guter Letzt auch sagen, dass natürlich immer bei uns die Alarmglocken schrillen, wenn irgendwo eine Verbindung ausfällt. Genauso, dass wir auch regelmäßig weiterhin mit den Akteuren in der Region Kontakt halten werden. Und was uns und mir persönlich natürlich ein großes Anliegen ist, dass die Menschen an der Schlei das Ganze nicht als etwas Trennendes, sondern etwas Verbindendes wahrnehmen. Vielen lieben Dank. Applaus 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 Applaus